So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO Max Out Monday am Montag, 15 Uhr, damit da Regelmäßigkeit reinkommt. Ich möchte wieder einen Titel Pokémon Maxen, nachträglich zum C-Day habe ich mir jetzt überlegt, doch für den Nächsten nochmal zu Maxen, für die, die das damals verpasst haben. Ich hatte damals ein Spezialvideo, wo ich alle Feuerstarter gemaxst habe, jetzt neue Attacke, zwei neue Attacken sozusagen, nochmal ein Hunderter entwickeln möchte ich heute Maxen und fünf Vorschläge aus der Community vorausgesetzt. Ich habe ein hundertprozentiges und genügend XL, um das zu maxen, was ihr vorschlagt. So, jetzt gehen wir mal rein. Ich habe hier vorbereitet, wenn ich vier Sterne und Fan eingebe, seht ihr, was ist da denn los? Da ist schon ein hundertprozentiges Phenexis auf Level 50 in 100%. Das verschickt man jetzt mal an den Professor, da gibt es sogar ein XL-Bong-Bong dafür. Also bevor ihr Pokémon verschickt, immer erst Maxen auf 50, dann kriegt ihr doch ein Bong-Bong dafür, wenn ihr Glück habt. Und das ist das, was wir gestern entwickelt haben im Ausbeute-Video, hat jetzt Feuerwirbel, lohe Kanonade und Magieflamme. Man hätte bei dem anderen einfach über eine Top-Lade-TM lohe Kanonade drauf machen können und über eine normale TM dann Magieflamme. Aber die Top-Lade-TMs, die sind mir so wertvoll, bevor ich auch nur eine Top-Lade-TM benutze, schmeiße ich lieber das 50er weg und pushe mir ein neues 100er hoch auf Level 50, damit ich dann die nicht verwechsel. So, das ist schon der ganze Hintergrund, deswegen pushen wir das jetzt. Das ist unser neues Level 50er, wo wir auch den Level 50-Tag dran machen. Hättet ihr das auch gemacht oder nicht? Ich weiß nicht, ich habe ja immer Beutelplatz und Probleme, fehlenden Beutelplatz, der Beutel ist immer voll. Obwohl, seitdem ich jetzt die Shinies alle ausgenistet habe und weggeschmissen, funktioniert das eigentlich auch. Für Nexus, Level 50, 100%, Max 3459. Vorschläge aus der Community, das sind die Kommentare unter dem letzten Max-Out-Money-Video. Marc niemals sagt, Quapsel. Jetzt muss ich mal schauen, 4 Sterne und Quapsel. Ich weiß, wir haben hier schon an sich eigentlich ein paar Sachen gemacht. Wir haben schon ein Quabo und ein Krypto-Quabo auf 50. Wir haben ein Quaxo auf 50. Quapuzzi haben wir nicht auf 50. Das würde also auf jeden Fall funktionieren, von der Familie her. Aber Quapsel an sich ist auch noch nicht auf 50. Wir haben hier aber noch das Kleine. Das Kleine weiß ich nicht, ob ich das mal zu einem Quaxo mache oder so lasse. Er hat Quapsel gesagt, damit überhaupt ein Quapsel mal gepusht ist. Nehme ich jetzt Quapuzzi. Schon macht das wieder gar keinen Sinn. Aber ich möchte natürlich, wenn ich in den Familien bin und bei den Familienmechse, Stück für Stück die Familien durchgehen und immer die Endstufen. Das heißt, wenn wir Quabo und Quaxo beide schon auf Maximum haben, dann wäre die Reihenfolge natürlich dann als nächstes Quapuzzi zu maxen. Hier auf 50. Und dann ist immer noch Quapsel übrig, wo wir ein normales oder eben auch ein Krypto, was wir zu Quaxo machen können. Was würdet ihr machen? Würdet ihr ein Hunderter-Krypto-Quapsel pushen oder zu Quapuzzi entwickeln und pushen oder zu Quaxo machen und pushen, dann wäre es ja wenigstens die Endstufe bei Quaxo. Es ist immer so kompliziert mit dem ganzen Zeug. Das ist auf jeden Fall der erste Punkt, der geht für den Mark. Henry Herford sagt, Nidoran, bitte maxen. Nidoran ist auch kompliziert. Hier, weil wir haben ja auch alles querbeet. Fehlt da noch was? Wir haben das Nido-King zweimal. Wir haben Nido-Queen. Wir haben Nidorino. Nidorina. Dann haben wir Nidoran. Weiblich. Und jetzt hier Nidoran. Männlich. Und das ist das Letzte. Das heißt, in der Reihe ist auch alles voll. Da braucht ihr auch nichts mehr sagen. Da können wir auch den Level 50 Tag jetzt dran machen, dass Nidoran auch fertig ist mit 973. Balu sagt, Zwollok, Wolli-Entwicklung, müsste, wenn wir hier drauf gehen, Zwollok, nee, Zwollok ist nicht auf 50. Reicht auch nicht von den Bongbongs her. Wir brauchen 296. Das heißt, Wolli ist natürlich auch nicht auf 50. Da haben wir einen entdeckt, der dazwischen rumwuselt, der noch nicht gemaxed ist und irgendwann mal drankommen müsste. Pachirizo, sagt Lilkog. Pachirizo weiß ich. Habe ich auf jeden Fall keine XL. Wir können nachgucken. Pachirizo, was der so hat. 124. Fehlt. Können wir nicht schmexen. Zwei Vorschläge. Waren schon da. Drei Vorschläge sind auch offen aus der Community. Kabados. Immer noch Psyogon. Schauen wir mal auf Psyogon. Psyau liegt daran, dass ich kein Hunderter Psyau habe. Und natürlich auch kein Hunderter Psyogon. Also, können wir auch nicht wexen. Ist kein Hunderter da. Die arme Sau, da ist sie schon traurig. Aber trotzdem. Jochen sagt Pipi. Da passt aber erst nicht, oder? Pipi ist doch bestimmt schon alles fertig hier. Psy, Pipi, nö ist nicht. Ach, mein Gott. Was haben wir denn wieder gemacht? Dann können wir doch Pipi maxen. Pipi und Pixi. Dann passt das. Kriegt hier Power-Up. 1306. Ihr seht, ich bin selbst schon durcheinander. Ich habe keinen Überblick mehr über alles. 1306. Level 50 hier ran. Jetzt haben wir also Pixi mit 2,7. Wir haben Pipi mit 1,3. Und hört mir doch auf. Ihr werdet doch nicht auch noch Pipi haben wollen, oder? Dann schreibt es in die Kommentare. Purmel. Jonas Selig sagt Purmel. Purmel. Habe ich nur ein Hunderter gehabt. Das haben wir schon zum Vivian gemacht. Und haben das gemaxed auf 2097. Es sind, glaube ich, immer noch zwei. Vorschläge offen, oder? Bitte das Alola-Mauzi maxen, sagt Genaya. Mauzi. 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 Nobili Cut. Fertig. Mauzi. Fertig. Alola. Nix. Mauzi. Nix. Nehmen wir das. Power-Up. Pushen das hoch. Sieht hässlich aus. 2002 mit dem dicken Wasserkopf. Also, packen wir jetzt hier an. Level 50 Tag. Level 50 Tag und eins ist noch übrig. 436 XL. Sehr schön. Machen wir aber mal den Namen auch anders. Weiß nicht, früher habe ich die immer so beschriftet. Bräuchte man heutzutage eigentlich nicht mehr. Man hat ja jetzt die Tags, die das alles regeln. Hat als Alola-Variante sogar mehr WP als die Cando-Variante. Sehr interessant. Finde ich aber trotzdem irgendwie, ja, nicht schön. Mauzi. Alola-Mauzi. Immer noch übrig. So. Scheinux. Ich bin für Scheinux. Scheinux. Lux-Tra ist auf 50. Luxio ist nicht auf 50. Und Scheinux auch nicht. Und jetzt weiß ich, dass es nicht reicht, um beide zu maxen. Und deswegen maxe ich einfach jetzt das Scheinux. Dem Scheinux zuliebe, weil es sein Namens-Pokémon ist. Und dann können wir meckern und sagen, hey, bei allen anderen hast du erstmal die höhere Entwicklung gemaxt. Und nicht das, was die Leute direkt angegeben haben. Siehe Schenaja mit dem Mauzi, siehe Marc niemals mit dem Quapsel. Hätte Marc Raupi gehabt, hätte ich das berücksichtigt. Hätte Schenaja Aquana gemacht, hätte ich das berücksichtigt. Aber Scheinux, Scheinux, da kannst du nicht einfach eine andere Form maxen. Da musst du das nehmen, so wie es ist. Wahrscheinlich hätte ich es trotzdem nicht berücksichtigt. Und das ist jetzt einfach nur aus dem Bauch heraus so entstanden, dass ihr seht, wie gerne ich den Scheinux habe. Obwohl es daran liegt, dass ich Luxio nicht so schön finde. Und Scheinux halt irgendwie viel niedlicher aussieht mit seinen 990 WP. Dann ist das jetzt die letzte Entwicklung, der letzte Vorschlag, die wir hier gemacht haben. Also der letzte Push, das waren sechs Pushes im Video. Eins von mir, fünf von euch. Wenn ihr nicht dran wart, alles gut. Ihr könnt weiterhin Vorschläge natürlich machen unter dieses Video. Deswegen versuche ich das ja wieder, 15 Uhr rauszuhauen. Schreibt unter das Video eure Vorschläge. Was soll ich beim nächsten Mal maxen? Was habt ihr noch? Wenn ihr nicht dran wart, schreibt eure hier runter. Wenn ihr dran wart, schreibt andere dazu. Grüße gehen noch raus an den Jörg, an den Benjamin Engel, an die Feuerwehrfra, ab ins Tierheim. Easy per day, so ein Bot, ne? An Snom und an Anja Kon Probst. So, ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr auch was gemaxed am Max Out Monday? Oder was ist das letzte Pokémon, was ihr gemaxed habt? Und macht Vorschläge, denn dieses Format lebt durch euch. Ansonsten muss ich halt selber alles bestimmen. Und dann wird es wieder langweilig. Ciao.